Hallo, wie geht's, wie steht's, wie läuft's, wie läuft's, mein Name ist Dagont, danke fürs Einschalten zu einem neuen Video zu Just Cause 3, die nächste Mission, die ich mal spielen wollte, die große Flucht nennt die sich, wir starten mal. Was machen wir hier? Dieser Bastard, die Ravello, hat einige meiner Jungs eingesperrt. Eben noch sorgenfreie Schmuggler, jetzt Zwangsarbeiter in den Mienen. Sorgenfrei? Mit dir als Anführerin? Klugscheißer. Sie hatten Betten zum Schlafen, reichlich Essen, Grappa ohne Ende. Und jetzt sitzen sie in Käfigen, wenn die Ravellos Schergen sie nicht gerade zu Tode schicken. Dann unternimm was dagegen. Das werden wir. Wir drei zusammen. Einer unserer Jungs konnte abhauen. Er sagte, es gibt eine Notschalte im Keller des Gefängnisses. Wird er aktiviert, müssten alle Türen aufgehen. Klingt ja sehr einfach, aber wird das Militär eure Freunde nicht einfach abknallen? Nein, nicht meine Jungs. Befreie sie. Dann wirst du schon sehen. Ich glaub, eure Freunde gefallen mir. So, da bin ich mal gespannt, was das für eine Mission ist. Darunter sollen wir, sollte kein Problem sein, einmal die Wingsuit nutzen und abgepost. Du aktivierst zwei Schalter und dann einen dritten, um die Tür zum inneren Raum zu öffnen. Kapiert? Ja, ja, kapiert. Ich mach das schon. Wir bewachen das Gefängnistor, während du da unten bist. So, einmal kurz Munition auffüllen, was aufzufüllen geht. Sehr schön. Und dann wird es hier gleich... Was? Ja, dann lass sie doch kommen. Ist doch kein Problem. Ich hatte gehofft, sie würden uns mit ihrer anbieten, hätte erfreuen. Ja, klar. Bitte, bleiben Sie noch etwas. Legen Sie die Füße hoch. Entspannen Sie sich. Ja, das werde ich. Die Füße sind übrigens schon oben, danke. Ich sitze sehr gemütlich. So. Dann werden wir mal loslegen hier. Ich werde hier, wenn die Sterben werden. So, Schalter Nummer 1 wird aktiviert. Nein, ich hör dich nicht. So, frisst Granaten. Wo, 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 wo? Von hinten. Rex auch. Nochmal von hinten. Nee, ne? Och, Leute. Warum hat der mich denn jetzt erwischt? Gut, dann nochmal das Ganze. Was soll's? Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. So. Starten wir jetzt bitte, ja? Also die Ladezeiten, die sind echt bestialisch lang, ne? Also trotz Update. Vor zwei Wochen oder so kam ja ein Update dafür raus. Und da hieß es dann, die Ladezeiten sind auf jeden Fall verkürzt. Sowohl für den PC als auch für die Playsee. Also, da die Konsole in der Regel immer etwas langsamer ist, gehe ich mal davon aus, dass das noch länger dauert. Und das ist mal echt nervig. Aber ich hab's ja auf dem PC, weil's einfach günstiger ist und grafisch, ja, weiß ich nicht. Ich hab halt keinen Vergleich, aber grundsätzlich sehen ja die Spieler auf dem PC gegenüber einer Konsole einfach hübscher aus. So. Wo ist jetzt ein Schalter hier? Der eine Schalter war doch da. Genau, der ist immer noch da. So, den killen wir mal. Jetzt wird er den ersten Schalter betätigen. Ich bräuchte Muni. Verdammte Scheiße. So, wo ist noch ein Schalter? Habt ihr Muni für mich? Da ist der zweite Schalter. Was willst du von mir? Du bist hoffnungslos. Du bist ein hoffnungsloser Fall. So, und Schalter Nummer 3 befindet sich hier. Ein Fehler und ich muss von vorne anfangen. Genau, noch ein Fehler und du musst von vorne anfangen. Aber das wollen wir ja nicht. Also hacken wir das Ding. Und zwar jetzt. Sofort. Auf die Schnelle. So, und nun? So. Annika, ich nähere mich den Gefangenen. Nur noch ein paar Räume. Das war nicht sehr überzeugend. Aber wenn sie darauf bestehen, zu sperren... Okay. Gleiches Spiel. Zwei Scheiße. So. Ach, schon wieder, ja? Zwei Schalter und dann das Terminal. Und das Raum für Raum. Ja, okay. Super. Habe ich hier mal Spaß dran? Nicht. So, komm her. Ach, von mir aus nehmen wir mal eine Shotgun mit. Spielt man hier viel zu selten, finde ich. So, friss mal Granaten hier. Spaß dies. Los. Schmeiß doch schon. Nachladen kannst du später noch. So, dich hole ich mir. Schalter. So, du stirbst bitte. Ja, ist ja nett. Oh, fuck. Eine Granate. So, da ist schon mal ein Schalter. Erster Schalter erledigt. Vor lauter Gegner bin ich so darauf konzentriert hier. So, du machst einen schönen Abgang. Das ist gut. Ja, dich wird's noch mehr erwischen. So, eine Granate am Start. Jetzt rühren wir mal wieder eine MG. Er hat keine Nade fallen lassen. Okay. Hat das gar keine MG. Das ist nur ein Sturmgewehr wahrscheinlich. Aber tut's auch. So. Da ist der nächste Schalter. Aua. Muss doch sein. Nicht so aggressiv, Junge. Echt. So. Dann hacken wir das. Der lässt mich wieder nicht... Nimm das hier. So. Schwein gehabt. War kurz vorm Sterben. So. Gehackt. Und rein da jetzt. Ich muss dicht dran sein. Wozu die Heilige Grau bewege ist. Ja, ja. Die ganze Anstrengung. Wollen sie diesen Menschen irgendetwas beweisen? Oder mir? Ich irgendwem was beweisen? Nein. Habe ich gar nicht nötig, mein Lieber. Habe ich gar nicht... Nötig. So diese Tanztypen, ne? Die nerven einen. So ab einmal kurz in Deckung hier. Geht gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, das ist ein Minigun-Typ hier. Der mir so schwer auf die Eier geht. So. Der Minigun-Typ ist down. Schon mal gut. Ein Problem weniger. Mich hab gemischt. Ja, ja, ich hab gemischt. Da lebst du ja noch. Warum lebst du noch, du Drecksau? So. Gib mir mal die Minigun hier. Ich räum jetzt mal auf. Sag ich doch. Ich wette, wenn ich diese Generatoren sprengen. Für sie hier in diese Schlössern schmier. Das könnte wohl so sein. So, dann sprengen wir den Spaß nochmal. Ich hoffe, sie sehen zu, die Ravello. Bestimmt guckt der zu. So, nächste. Kommt ihr denn noch einmal her? Wie geht's denn noch? So. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich hab kaum noch Muni. Wie soll ich euch denn helfen? Aber gut. Muss, das muss, ne? So, da haben wir doch mal Waffen hier. Einmal. Zweimal. Und dann wollen wir denen nochmal helfen. Wartet, ich komme. Mit Ach und Krach. Da kommt ein Schlösschern ein, ey. Jawoll. Achso, die Gönn zu uns. Sorry. So. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Danke, Rico. Diese Leute sind meine Familie. Es wird Zeit, dass sie nach Hause kommen. Tut mir leid. Leider habe ich davon eingetötet. Tut mir echt leid. Ja. Ja, wenn du es irgendwem verrätst. Mach ich dich fertig. So. Dann haben wir die Mission auch erledigt. Dann würde ich sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und es euch gefallen hat. Dann lasst mir einen Daumen nach oben. Ich guck mal gerade, ob es denn noch welche gibt. Aber das war bestimmt noch nicht die letzte Mission. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, da oben wäre noch also. Also, wenn ihr Bock habt, noch mehr davon zu sehen. Wie gesagt, Daumen nach oben. Oder in die Kommentare schreiben. Bloß mehr davon. Weil was anderes kann ich hier auch nicht mehr machen. Wie gesagt, Basen befreien ist nicht mehr. Deswegen. Wenn dann nur noch Mission. Also, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haust rein. Bleibste geil.